Im Rahmen des Bund-Länder-Gipfels am Dienstag haben die Länderchefs gemeinsam mit Kanzlerin Angela Merkel neue Corona-Maßnahmen beschlossen. Diese haben insbesondere für Ungeimpfte weitreichende Folgen, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig im Anschluss in Schwerin verkündete. Impfen und testen, das ist der Schlüssel, um gut durch den Herbst zu kommen. Und hierbei haben Geimpfte, vollständig Geimpfte, klare Vorteile. Erstens sind sie selber geschützt vor einer schweren Corona-Erkrankung. Zweitens sind vollständig Geimpfte von den Testpflichten ausgenommen. Und drittens, das RKI hat seine Empfehlung zur Quarantänepflicht für Geimpfte, für vollständig Geimpfte verbessert. Das heißt, dass zukünftig vollständig geimpfte Personen, die keine Symptome haben, aber Kontakt zu jemandem hatten, der infiziert war, nicht in Quarantäne müssen. Schwesig richtete in diesem Zusammenhang noch einmal einen Appell an die Bevölkerung, die umfangreichen Impfangebote zu nutzen. Weil noch nicht alle geimpft sind, müssen wir auch stärker auf das Testen setzen. Und mit dem Testen müssen wir früh beginnen, damit die vierte Welle möglichst flach bleibt. Und wir müssen weiter sicherstellen, dass auch die, die ernsthaft erkranken, zukünftig die Hilfe brauchen, die sie brauchen. Und deshalb haben wir heute beschlossen, dass ab 23. August wieder stärker Testpflichten in Innenräumen bestehen sollen. So, wie wir es auch schon kennen. Das gilt insbesondere für Besucher von Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie Einrichtungen der Behindertenhilfe. Diese Testpflichten gelten bereits in unserem Land. Das gilt zukünftig auch wieder in der Innengastronomie, bei Teilnahme an Veranstaltungen und Festen in Innenräumen, bei der körpernahen Dienstleistung wie Friseur und Kosmetik, beim Sport, in den Fitnessstudios, Schwimmbädern oder Sporthallen und auch beim Urlaub, bei der Anreise. Mecklenburg-Vorpommern wird Schwesig zufolge bei der Testpflicht einen anderen Weg gehen. Das bereits geltende Ampelsystem bleibt demnach bestehen. Wir haben aber auch vereinbart, dass Länder Ausnahmen machen können. Dass Länder bis zu einem Inzidenzwert von 35 im Landkreis, in der kreisfreien Stadt, hier Ausnahmen machen können, dass dort die Testpflichten im Innenbereich noch nicht in diesem Umfang gelten. Wir haben diese Ausnahme bereits in Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben ein Ampelsystem, was berücksichtigt, dass diese Testpflichten erst ab einer Inzidenz von 35 in Betracht kommen. Und wir schauen bei uns nicht nur auf die Inzidenz, sondern wir schauen auch auf die Situation in den Krankenhäusern. Ungeimpfte Schülerinnen und Schüler sind laut der Ministerpräsidentin von der Testpflicht ausgenommen, da an den Schulen ohnehin zweimal wöchentlich getestet wird. Die Maskenpflicht fällt dort wie geplant am kommenden Montag weg. Ja, genau, Gesundheit, einmal rausziehen. Das war so ein bisschen...